So, nein. Was bin ich eigentlich? Ich bin kein Jungle. Wir haben kein Jungle. So, willkommen zu einer neuen Folge von League of Legends mit Basti, Domeshift, Chris Cross und mir. Und drin. Natürlich. Nenn mich einfach nur Christenpenner. Ja, Chris Cross ist halt schwul, deswegen nenn ich dich so. Ich weiß. Nein, hör auf. Junge, war's wieder geil, Jo, ne? Oh mein Gott. Oh Gott, der ist direkt first blood. Ich seh's doch kommen. Nice gerugt. Ja, safe. Ich bin direkt gerugt. Ich geb halt aber nicht. Au. Das ist so ein Heimat. Ouchi. Come on. Hey. Hey. Du hast eine größere Reichweite als ich, also. Macht was aus deinem Leben. Ach so. Ja, so groß ist es jetzt auch nicht. Hm. Hast du ihn? Oh mein Gott, ist der Upwork. Muss auch schon mal nen Hook treffen. Wird schwierig. Ich seh's. Ich seh's. Silence Manicue nicht mehr. Ach, Interrupts Channel. Oh Gott, da ist ja jemand. Oh je, ist das Maria. Komm her. Ey, wer hat denn da den First Blood geklaut? Ich glaub das war ich. Bester Ignite, würde ich sagen. Was machst du denn? Ja, keine Ahnung. Domschiff ist wieder mal am Reinfeeden. Ah. Das Schimmel ist doch, Domschiff ist immer am Feeden. Sein zweiten Name heißt Domschiff Feed. Hehehehe. Ey, komm her. Hierher. Warte mal, ich kann den Dauerstun? Ich kann ihn alle 1,8 Sekunden in die Luft holen. Warte mal, ich kann den Dauerstun? Alles klar. Ja. Warum hab ich meine E nicht zuerst gemacht? Nee, ein bisschen scheiße ist für Kopfball. Ach so, weil da nicht Point-to-Click ist. Lustig. Oh nein. Oh shit. Basti, you can do it. Ich bin los, du musst carry'n. Ach so. Carrying. Ja, Basti, treffen. Ja, hier, komm. Hahaha. Ich weiß nicht, was dein Problem ist, Basti. Der kommt eh wieder von unten, der Basta. Was hast du grad gesagt? Ja, gleich beleidigt. Die armen Kinder. Pfff, beide verfehlt. Nein! Komm schon! Basti! Basti! Okay, pass auf, Frank. Scheiße. Doch, ne. Basti. Ich bin eigentlich tanky. Ich bin an den Wind jetzt gestorben. Oh Gott, nicht dein Ernst. Das ist jetzt so da. Doch! Geil so. War's die beste hab ich mal. Ja, mach mal. Boah, endlich mal richtig geiler Fahne hier. Das war ein männlicher Schrei auf jeden Fall. Aber richtig. Ey, fuck my life. Oh Gott. Nein, das wollte ich nicht. Nein. Nein. Alter. Hallo. Passt ihr? Oh, schau. Lohnt das jemand. Jetzt kriegst du sie. Komm. 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 Bitte. Meine Leine ist weg. Oh, what? Der trifft noch? Alles klar, Basti. Ist am Cheaten. Get Aim-Hack. Puh. Der war der Ding. Fuck. Komm. Du wirst immer noch weg. Du wirst Angst bekommen. Ja, ich bin bloß. Meins. Mein Gott, ist das easy. Du wirst, ne? Obwohl der Domschiff gut spielt, weißt du? Ja. Nur weil ich bisher so viel Impact auf deine Lane hatte, ne? Ja. Ne, aber du strahlst so eine Aura aus, was wir dann verlieren. Ja. Ist halt leider echt so. Alter! Ja! Was ist denn? Ja, gut job. Wir sind wieder nur beim Fieden-Klapplein. Halt's im Maul, Digger. Scheiße. Der erste Double von Hacker, die weißt du, und der geht direkt ab. Good job. Oh man. Hat's ja. Und da was, was nicht gut ist. Shotdowns. Was ist los mit euch? Ich hab die meisten kills im Game. So, ich hab mal aufgehäumt. Ich glaub dann geht immer kurz back. Du willst wo ich zwei kills gemacht hab? Po, die sind halt auch back. Mein Gott, ey. Tschüss. Jetzt fängt Cassidy nämlich an, broken zu werden, glaube ich. Ist der gerade an mir vorbei geritten? Alles klar. So weit hier. Dritt. Ich kann mit. Gehst du full ab? Nice. Ja, meine Ulti nochmal. Oh, der Damage! Holy shit, alter! Oh, wow. Warte mal wieder komplett, sorry. Ja, ja, gut. Ich hab auch nicht damit gerechnet, dass die so viel Damage sind. Komm her! Alter, passt die! Ich kann mit Ulti in 7 Sekunden wieder ab. Komm her! Ey! Ja, Renn, jetzt wolltest du... Überholen, leider. Komm her! Ich hab jetzt gerade zur Tower geholt. Komm schon! Jawohl, ich krieg auch mal Spaß! Das ist ein schönes Gang. Krieg eurem hinter euch. Alles gut! Verpasst dich, Junge! Nein, du hast ihn weggegrampt! Scheiße! Du wolltest ihn stunnen! Du hast ihn weggegrampt! Ich wollte ihn stunnen! Ja, so. Und geshut downed! Ach, der hat... Der Dings halt. Ach, ich hab schon wieder den scheiß Bug, alter. Helfen. Helfen. Also, ich hab nur noch eine Festzwänge. Ach so, jetzt. Das müssen sie aber echt hier noch, äh, bearbeiten. Das muss geht. Ich lange mir noch ein paar Wochen gleich. Äh, da kommt jemand. Oh, da ist ein... Galio jetzt bei uns. Ja, alles klar. Ran da. Bei den Speck. Alright. Vom her. Ok, warte mal. Galio ist eine andere Hausnummer. Galio ist eine andere Hausnummer. Ich kam nicht weg. Ich kam nicht weg. Der ist Tanki. Aber der hat mich auch gestunnt die ganze Zeit. Der hat den Ding gefeedet. Verdammt. Sorry. Der ist voll gefeedet, äh, der ist voll... Tanki. Warte, hinten steht 8-2. Ja. Ja, die Rind ist ja... Warte, Domschein steht 14-6. Nee, der ist scheiße. Du spielst auch einen Loopchamp. Ah. Ach so. Du musst Blitzy grad sagen. Nee, man kann nicht weg machen. Mach ich nicht weg, nur. Nee. Ich hab die doch alle getötet. Die chillen da jetzt wieder. Ich wüsste, ich glaub den dafür ab. Hups. Brauchen wir nicht 3 Jahre. Oh fuck, das war ja. Nee, der geht halt. Wieso ulti ich jetzt? Oh Gott. Oh, Heker, du bist ja gar nicht bei uns. Guten Morgen. Ich bin hier mit dem Brunsch. Ich bin hier mit dem Brunsch. Ich bin hier mit dem Brunsch. Rampage. Wazaaatt. Der Galion macht damage, obwohl er Full-Train geht. Ja, das hab ich hier grad im Bock gemeint. Ich höre die Kanone, ich bin die ganze Zeit ohne die Kanone rumgelaufen, Steff. Hab ich in die Mitte. Oh Gott, da sind ja voll viele bei dir. Moin! Scheiße! Eieiei, Elektromie. Oh shit! Wer labert denn da schon wieder im Hintergrund? Was? Achso, kann nur von nochmal sein. Achso! Oh! Hat der schon so ein Soundboard für sich gemacht oder was? Ja. Ja, kanns machen. Er hat eigentlich den Staubsacker im Hintergrund die ganze Zeit. Das kann ja wohl nur ein Chris kosten. Nein, was? Wie ist sie? Bei mir ist es auch Benni gehabt, okay? Achso! Ne, Basti. Ne, bei Basti ist es. Nein! Was labert ihr da für Bullshit, Alter? Jedes gleiche, Basti, Benni, das ist kein Unterschied. Ey, ihr auch! Wie, das ist kein Unterschied, willst du mich ficken, oder was? Ja, die sehen auch beide gleiche aus. Das ist aber, zwei Wunderhüpfen an den Team. Danke. Ja. Hallo. Dann schaltest du. Hilfe! Hilfe! Ja, Junge, dann fight doch nicht weiter, du Idiot! Boah! Hilfe! 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 Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, ich habe ganz viele Tasten. Ich hab auch die ganze Zeit nur Tasten gedrückt. Ja ich hab ja halt literally keine Ahnung gehabt was ich gerade getan habe. Was wollt ich mir jetzt eigentlich kaufen. Kannst du auch Deutsch reden. Es tut mir leid I can't. I'm unable to can. Was ist. Wo gehen wir hin? Oh mein Gott. Ich werd verfolgt. Oh fuck da ist die Korin. Oh. Was hab ich denn gemacht. Da wär ja einer! Scheiße! Nein! Oh! Oh nein! Oh! Dacht ihr mir schon, das ist keine gute Idee, in vier Leute reinzurennen. In vier Leute reinzurennen? Keine Idee! Wir machen tatsächlich DRAG. Ich glaub, die Ulti war jetzt so früh, ich glaub, die kriegst du wieder, bis der DRAG fertig ist. Oh fuck! Schluss ab! BOOM! Basti, Alter! Basti, das Beste! Ihr gehört doch nicht auf das Spiel, ich konzentriere mich nur auf den DRAG, Leute. Den DRAG gemacht? Ja, ich hab den gestealt. Und geacet, alles klar. Oh ja, alles wegen der Mumie. Kleingesprungen ist die Trause. Hm. Die Trause. Ich komm mal zu euch, ne? Uiiii! So sieht sich jemand beim Baron? Oh fuck. Komm her! Er ist hergekommen. Hau rein! Hau rein! Hau rein! Hau rein! Hau rein! Muss los! Lalalalalalalalalalalalalala! Hier ist noch hart auf die. Ähm, so schön, da kommen viele. Wie bitte? Warte, das ist das! Warte, das ist das! Ja. Ich brauch nur mal einen Lüden. Easy! Hat niemand einen Lüdenes kauft? NIE! Oh mein Gott, Alter. Ich hab ihn gestunnt und gleichzeitig noch gekillt. Achso. Nicht. Ich kann nicht. Ah, ich hab einen wohl. Wuhuu! Wuhuu! Stirbs! Abwenden Urlaub! Abwenden Urlaub! Alter, der Bosti kommt dahin, weißt du? Doppelkill! Ja, aber ich glaub den Gallo kriegt nur Rennen. Tja, aber EGB gehen einfach los hier. Zack! Zack durch die Mitte! Komm! Los, Feuer frei! Zack, zack, zack! Zicke, 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 zicke! Hoi, hoi! Hoi, hoi! Hahahaha! Der Delay war grad voll da! Abends halb 10. Zeit für Kloppers. Hoi, hoi! Ich glaub ich schützig hab nicht. Ich komm auf, ich dachen. Nein! Ich komme! Wuhuu! Nein, die hat mich doch geschuttert und blhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh! Köh! Ja, der Dings ist mein Endloß, der, glaube. Vielleicht nicht mehr. Gegen den kann leider nur win was machen. Ja, wenn ich rankommen würde. Ja, wir aber auch. Dauert halt lange, aber. Hör mir da los, hör mich so laut, wirklich fast. Oh, du bist so. Was ist dieses Pony angerannt, komm. Ja, komm, was hier heißt das? Nee, okay, vielleicht holt es jetzt. Sehr schön. Ich habe nicht viel mehr und ready. Vier Sekunden ab Klickzeit auf Ultimate. Ja. Ziel haben wir 16.0. Ich habe eine Sekunde. Ah, die. Level all. Ich bin so die hinten an, Leute. Hey, seht es mal so, der Nasus hat erst zwei Item. Ich habe mir meine Boots gekauft, die du doch hattest. Ich habe nicht ausgemacht. Das war der Bait. Oh, nee. Oh. Ich habe den Arsch gehört. Ich will dem gar nichts machen. Boah, oh, das geht um die nächste Gleit. Alter, stirbt doch mal. Oh, Mann. Shit. Nein, Leute, was macht ihr denn da? Ja, komm. Ja. Hinter und töten. Run an die Boletten. Run an die Boletten. Ich mag Boletten. Aber den mache ich nicht. Vollbergabe. Das Pony. Das Pony. Ich meine nicht den Pony auf. Nein, das Pony. Nein, das Pony. Ich fange sie alle drei an. Das war's mit meinem Upset. Hast du gerade Wings Club gesagt? Wings Club, Wings Club, alle klein! Ist das so ein Schmuddelfilm? Hier ist einer! Das ist ein Schmuddelfilm, oder? Nein. Sag mal. Alter, hört auf, Leute! Hört auf! Oh nein! Ey, kommt zurück weg, Leute! Der ist schon gefallen! Oh, mein Blue! Mein Blue! Oh, come on! Jawoll! Du bist besser! Du Hure, so ein Camper! Ich bin der Camper! Ich bin der Camper! Ich mach so viel Damage an Tower! Holy Shit! Alter, was? Ich dachte, das war gerade dein Wulz! Ja, was denn Benni macht? Ich bin auch in der Bay stehen! Ich mach überhaupt nicht! Ich finische doch gar nicht! Ich hab nur die Tower gemacht! Ja! Nein, noch nicht! Ich hab auch noch 5 Sekunden! Hallo, Nase! Hallo! Hallo! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Good job, Guys! Nur am Trollen, Alter! Ey, schnell! Dormschiff ist einfach nur am Trollen! Ja! Mit den 31 kills! Was ist denn? Was ist 31, Alter? Okay, wir haben... Immer diese 0850, 31 Leute! Ja, was ist denn? 0850 oder 31? Ja, der checkt das nicht! Das ist halt... Aua! Und der kranke 500 hat auch faktisch den Tod! Die Kuh fällt! Man sieht den Galio nur so reinsteppen mit seinem... Oh, nö! Mit dem zweiten Wagen da ist alles! Oh, ne Minion! Jawoll! Warte, hältst du denn aus? Was ist das für ein... Ja, das ist Tankabung! Schau mal hier! Tank-Items! Ich bin auch ein Flächeherz! For sure, Tank! Oh, natürlich! Ja, das ist nur 20 Minuten, weil wir uns dumm anstellen und die sind schon 30 Kälfer! Oh, Gott! Dummchen! Oh! Hey, komm wieder her! Komm wieder her! Komm her! Meiner! Ja... Nein, ich sterbe nicht! Das ist meine super spezielle... Das fette Hühnchen ist hier! Jetzt bin ich tot! Nein, nein, nein! Doch, ich bin tot! Oh, nein! Der Tower is coming in! Ah! Ja, der Galio macht halt echt zu Stress, ne? Ihr Prisime Mobile is on the way, on the way! Den mach ich noch! Nein, da! Den kann nur... nur Wind... Bleib den an! Und Schuss! Der Wind tötet sich selber an ihm! Hau rein! Gut, das war ne neue Folge! Tschüss! Tschüss! Tschüss, Domme! Bestimmt! Hä? see you? mamy Kyi...